Und heute schauen wir uns mal ein Röntchen Tod im Skifahren. Fangen wir mal zart an. 60 Cent. Mal gucken wo wir landen. Und dann mal schauen wir mal weg. Ah, das war so gut. ok, das ist eindeutig auch nicht so, noch leichte erhöhung scheint ja sehr auf Sparflamme zu lohnen ja doch, aufregend ja 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 ja, kein Bock ja, so viel zu totem schief das war das